Yo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder eine schnelllegale Geldmethode für euch wie ihr in ganz kurzer Zeit wirklich viel Geld in GTA Online machen könnt aber bevor wir jetzt damit loslegen nehmt auf jeden Fall mal an meinem Unlock All und Modded Account gewinnt zu mir teil dafür müsst ihr nur dieses Video liken, den Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt und dann habt ihr auch schon wieder die Chance auf ein Unlock All oder Modded Account und ich würde sagen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Video und zwar müsst ihr jetzt einfach auf Jobs und auf Missionen gehen und dann einfach Ticket nach Elytrum auswählen wenn ich das hier richtig ausgesprochen habe und darum geht es einfach, ihr müsst einen LKW klauen, also einen Tanklaster den müsst ihr jetzt einfach mit euren Kumpel oder alleine einfach klauen dafür müsst ihr einfach den Fahrer erschießen dann müsst ihr von den Cops abhauen und zum Zielort fahren ganz einfach und ich habe so ca. 15.000 in 3-5 Minuten gemacht also wirklich wirklich einfach und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da ich bin raus, haut rein und tschau und tschau